machen können das haben wir als abschluss aber ja also erstmal würde ich sagen vorrangig wird es hier eine haupt story aufnahme session außer es kommt noch bei der insel hier unten außer die kommt noch dazu und da gibt es noch ein paar sachen in sachen neben story und sowas auf aber erst mal machen wir der größte fisch von sie hätten helfen sie schon seine kontrolle über sie zu verstärken hier bin ich der kopf den ich geschmiert habe hat mir zugriff auf die kameras verschafft das hier ist eine live video überwachung und ist nur ein haufen cops und sie beschützen alle den polizeichef ein mann den ich brennend gern treffen möchte aber ungern so lange so eine gefolgschaft damit du ein schwätzchen halten kann ich denke ich mache krawall damit sie kommen und nachsehen müssen einmal krawall kommt sofort richten sie genug schaden an stadt verwüsten zerstörung warm junge was ich hier mache alles zu stören was wir entwickeln ich bin schon auf dem weg niedriger energie stand ist aber gar nicht gut erst mal erst mal neon entziehen und weiter geht's zum fetsch 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 ja ja weiter geht richtung treffpunkt wird langsam zeit jetzt halte mir die kopf von allein ich will auf keinen fall gestört werden und kommt nicht auf dumme idee die sicherheit eines bruders hängt von meiner sicherheit ab mir ist das die 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 1000 Schallstück Verdammt! Einer ist durchgekommen! Der Deal ist hin! Und die Hand deines Bruders auch! Nein! Wieso nur? BAM! Oh je, jetzt kommt viel Wir setzen die Typen weiter unter Druck. Der Polizeichef kriegt hier in die Krise. In ein paar Minuten steht der Deal. Ich hoffe es für dich, dass der in ein paar Minuten steht. Was? Will ich mich verarsche? Hä? What? Mega Egal 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 Gloc Egal Batch, du Prachtstück. Der Polizeichef hat dir etwas zu sagen. Hör auf! Dein Boss kriegt denselben Deal, den wir mit den Akkulas hatten. Verlasse einfach meine Stadt. Hast du gehört? Jeder bekommt, was er will. Ja? Wo ist mein Bruder? Er ist in einem Gebäude, keine drei Blocks von hier. Er ist jetzt dein Problem. Und das war's? Du hast ihn schief gehört. Verlass die Stadt und ich bin ein gemachter Mann. Und alle sind glücklich. Okay. Sehr stark nach einer Falle. Aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich nach. Ist das jetzt nicht fallisch oder nicht? Tut mir leid, Süße, aber das DUP rückt mir auf die Pelle. Jetzt, wo ich den Polizeichef in der Tasche habe, bist du nur noch eine süße, kleine Belastung für mich. Gif Gas! Du... Schlappschwanz! Alter. Nicht zu erschießen, hat ja noch nie wirklich funktioniert. Wenn ich hier rauskomme... Ich weiß, Schätzchen. Genau deshalb darf das nicht passieren. Das verstehe ich doch. Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brant konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich dachte an eine schöne Erinnerung. Er hat immer mehr riskiert, um Geld zu beschaffen. Er wollte ein Boot und sah mit rüber nach Kanada. Ich sagte ihm, das wäre verrückt. Dann schlug man ihm ein paar Zähne aus. Beim Job. Da ging ich auf kalten Entzug. Er blieb bei mir während der ganzen Scheiße. Er ganz allein. Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn. Nichts würde mich aufhalten. Ja, feig. Joa, verreckt. Er trugen. Okay. Wieder ein Kampfarena. Oh, eins. Woa, 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 woa. Alter. Ha. Und das hast du verheimnisiert. Juuu. Ha, ha. Beeindruckend. Aber warum zeigst du mir das gerade hier? Weil das Training funktioniert. Ich fühle mich gut. Gib mir stärkere Gegner. Na schön, Miss Walker. Folge den gelben Linien. Bleib in der Mitte des Gaffens. Okay. Boah. Du hast eine Menge persönlicher Dämonen zu haben. Der Conduit, der die Kampfhologramme erstellt, ist besessen von einem Videospiel über Dämonen. Die Ästhetik ist nicht mein Fall, aber als Trainingsobjekte treiben sie dich bis an deine Grenzen. Besiegen sie 20 Dämonen, Gegner. Und wir müssen uns verteidigen. Boah. Alter. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bum. So, next, die Ankerzwelle, bitte. Woah, woah, woah. Ja, ja, du. Du, mich auch. Hä, wieso treffet ich mich? Wo? Wow. Bam, Junge. Wow, wow, wow. Weg da. Ausforderung abgeschlossen. Hm. Wo? Oh, cool. Sie haben eine Gamma-Arena überlebensmäßig und freigeschaltet. Wozu du in der Lage bist? Cool. Wie? Wie? Um sicher zu gehen. Wo ist Brent? Wie? 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 Wie?